Das Let's Dance-Finale steht vor der Tür. Inzwischen dürfen nur mehr drei Tanzpaare auf den Titel Dancing Star 2022 hoffen. Matthias Mester, 35, und Renata Lusin, 34, René Kesseli, 25, und Katrin Menzinger, 33, sowie Janin Ullmann, 40, und Solzandur Czecke, 34, sind noch im Rennen. Am Freitag werden sie auf dem Parkett wieder alles geben. Mit diesen Tänzen wollen sie die Jury und die Zuschauer beeindrucken. Gleich dreimal müssen die Promis in der kommenden Show ans Werk, wie RTL nun bekannt gab. Janin und Zolt werden als Jury-Tanz einen Cha-Cha-Cha zum Besten geben. Als Lieblingstanz entschieden sich die Moderatorin und ihr Tanzcoach für den Contemporary. Außerdem werden sie einen Freestyle-Tanz zum Thema Bolesk zeigen. Bei René und Katrin sieht es ähnlich aus. Auch sie tanzen als Jury-Tanz einen Cha-Cha-Cha. Außerdem erwartet ihre Fans ein Tango sowie ein Freestyle zum Thema Finalshow. Matthias und Renata hingegen zeigen eine Rumba als Jury-Tanz. Der Lieblingstanz des Athleten und der Profi-Tänzerin ist der Paso Dobel und das Motto ihres Freestyles lautet die Schlümpfe. Neben den Auftritten der Finalisten wartet aber auch noch ein Schmankerl. Alle ausgeschiedenen Kandidaten werden ihren Lieblingstanz noch einmal performen. Begrüßt Untertitelung des ZDF, 2020